Und guten Tag, willkommen zurück in Roots of Fascha. Und guten Tag, willkommen zurück. Und guten Tag, willkommen zurück in Roots. Und guten Tag, willkommen zurück in Roots of Fascha. Und guten Tag, willkommen zurück. Und guten Tag, willkommen zurück in Roots of Fascha. Was für ein hübsches Geburtsgeschenk. Danke, Wombis. Heuer, Freer und ich haben als Kinder alles zusammen gemacht. Uag sagte einmal, dass wir Zwillingsgeister haben. Juhu, tanzen. Hast du schon in den Höhlen? Die Musik klingt doch fantastisch. Genau das, wonach ich gesagt habe. Ich weiß das zu schätzen. Ich bin aber froh, dass wir Ada haben. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, wenn unser Körper repariert werden müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, es war das. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Ahnung. Das ist doch nicht mehr. Und um die Sechze. Wir tanzen halt und jung. Sag einfach ein Gorok. Warum tanzt du denn nicht mit mir? Warum tanzt du nicht mit mir? Die sind dort immer noch in Händler. Es war eine grossartige Idee unterirdisches Wasser an die Oberfläche zu bringen. Ich kann eine Menge von Mutter lernen. Ich kann eine Menge von Mutter lernen. Ich kann alles nicht energetisch. Ich kann ein bisschen mehr auf der Welt lernen. Ich kann ein bisschen mehr auf die Örne. Das war die Frage. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Die Idee ist schneller als herumlaufen. Porche vertautet jetzt, wenn wir im Kanu einen Platz für Tiere hätten. Wir sind sehr nah an diese Tiere herangekommen. Keine Hagengutten. Und kein Steinblitz. Oh, noch der Eile. Nein. Aber wir haben ja den Hammer. Oh, das war's für heute. Und wir haben die Axt. Nice. Nice. Du musst herausfinden, was Eile macht, bevor sie dich akzeptiert. Ich glaube, ich habe in den vorherigen Räubern einen Hinweis gesehen. Du könntest einen Blick drauf werten. Fisch. Wenn du dieses Totem mit dem erst, was es begehrt, wirst du seine Aufmerksamkeit würdigen. Schönen Sieg. Ich glaube, ich habe die Axt. Schönen Sieg. zu gehen. Spottom akzeptiert eine Gare. Aber Fisch? Nein. Herr Rotten und Fisch. Karotten und Fisch. Da liegt nichts mehr auf. Reisen wir zum Wald. Ja. Ja. Ja, der kapitiert habe ich schon geschwärmt. Wir klaren noch einen weiten Weg vor sich. Da scheint ihr noch nicht genug zu verkaufen. Tiere sind wirklich schnell. Wenn wir nur so schnell wären wie sie, dann könnten wir Orte schneller erreichen. Und Dinge von weiter weg herantransportieren. Vielleicht ist es Zeit, dass ich wieder weiterreise. Ich will nichts lernen, gar nicht mehr klein. Nein, nein, ich wollte aber bleiben. Bleib nur. Gostade? Ich hoffe, es hat sich die Kruppe rektiert. Das war unglaublich, danke. Du bist der beste, du musst der beste Musiker der ganzen Welt sein. Ich glaube nicht, dass du aus der Übung kommst, wenn du mir schmeichelst. Du bist einfach so lamentiert, das kann man nicht widersprechen. Oh, Ebon, du bist auch gut. Jellor, kannst du uns zeigen, wie du so spielst? Natürlich, aber zuerst musst du noch ein paar Übungen machen. Oh, okay. Hm. Gibt es dir gut? Natürlich, warum sollte ich das nicht sein? Ich glaube, du hast vergessen, dass ich einen Höhlenlöwe-Totem habe. Solche Kleinigkeiten stören mich also nicht. Du kannst jetzt gehen. Ich muss vielleicht aus meinem Haus ausziehen. Da ist eine Spinne drin. Ich bin so froh, dass wir Ader haben. Ich habe keine Ahnung, was ich tun sollte, wenn unser Körper erfriert werden muss. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber es ist ein Leger. Per Pencheon. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.